so freunde und willkommen zum ersten tag des blutigen kampfturniers keine heilung keine wiederholverstehung drei sterne und rot ist gesperrt wir haben schon auf den sack gekriegt okay also experiment langsamer tank ist schon mal für den arsch funktioniert nicht gut alles klar dann bin ich schon mal motiviert motiviert für den angriff okay ja wir haben dann tree evil wir haben yukahein da nehmen wir aber den strauchbären tatsächlich nicht mit weil das ist alles zu langsam bis wir müssen hier stark stark gelb reingehen yukahein nehmen wir da jetzt nicht mit er werden so reingehen und dann brauchen wir einen cleaner und wir nehmen dorn noch mit das würde ich tatsächlich so machen da können wir mana klauen wir können das von tree evil weg heilen wir haben kleinen schutz mit mit quasi wir haben ribbit der uns da ein bisschen deckung gibt und wir haben poppy nehmen wir poppy oder nehmen wir was anderes ja nehmen poppy ja so werden wir es machen und dann gucken wir einfach mal wir brauchen halt gelb ach nein blutiger kampf ach ja jetzt habe ich halo okay halo ist nicht ganz verkehrt wir brauchen ihren clean so wie es aussieht brauchen wir wirklich ein clean vielleicht haben wir sogar noch glück jetzt die gelben reichen bin ich glücklich okay schwein gehabt dann brauchen wir halo jetzt nicht unbedingt der war ja wirklich nur für ich bin ich bin der cleaner ne mehr war der ja eigentlich auch nicht geplant also jetzt ist es glaube ich einigermaßen okay was hier passiert wir haben unseren quasi vom gegnerischen quasi an das ist auch wichtig sie feuert nur einmal das ist nicht geil ja wir machen das ruhig so ich brauche ein bisschen bewegung und der käse da um die ecke er wird wehtun aber er kann okay ich will hiermit jetzt eigentlich nur clean so jetzt können wir nämlich jetzt haben wir nämlich auch kein gift mehr von diesem viech da beziehungsweise wir können sofort alle alle minions hier machen so perfekt okay also plan ist eigentlich aufgegangen würde ich jetzt mal so behaupten auch diese ganze sache mit halo das hat funktioniert das war auch nicht schlecht so und jetzt ähm ghosten wir eigentlich jetzt mehr hier so in der mitte lassen das gift da so ein bisschen wirken klauen immer mal so ein bisschen mana dann passt das eigentlich und dann killen wir jetzt auch quasi damit er da gar nicht mehr großartig noch irgendwie was macht so und da wird das gift jetzt im endeffekt regeln okay gut ja plan eigentlich gut aufgegangen wenn ich ehrlich bin werde ich bei tree evil wahrscheinlich weiterhin machen fuku 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 ja rot können wir nicht nehmen das heißt wir gehen auf grün und lila ja würde ich sagen oder wir spielen halt wirklich mit mit minions hier also ein 3 1 1 in dem fall grün und lila ja lila habe ich vorrangig langsame ne dann spielen wir mit grün aber grün habe ich auch vorzugsmäßig langsame ich habe keine keine coolen so ja komm ishtag wovor habe ich dich gelevelt für events und jetzt für diesen moment das ist jetzt deine chance dich unsterblich zu machen mein freund dann spielen wir 3 1 1 mit minions er macht auch noch einen minion zwar nur für sich aber das ist egal wir haben starke farbe gegen nordry wir spielen grün weg sodass er nicht so viel schaden macht ach der rest kommt wie er kommt ok wenn ich das mache habe ich hier zwei gelbe und da zwei gelbe wenn wir den runter ziehen mehr als ein gelbes match kommt da eh nicht zustande machen wir aber trotzdem mal vielleicht kommt was nach dass wir hier dann so einen diamanten uns bauen können ok eher nicht dann würde ich sagen machen wir das so dass wir schon mal den geteilten schaden haben und feuern jetzt einfach drauf und gucken mal ob wir sie irgendwie zeitnah killen können gelb haben wir jetzt das ist gut das wird unseren quasi erfreuen achso sie reduziert jetzt unser leben ja ok das soll vorkommen wir machen das so das gibt uns eine kleine kombo jetzt können wir sie killen indem wir das so machen ok jetzt haben wir ihn am start ich würde sagen wir gehen auf dann freunden nordry dann machen wir da dölgen an gehen mit ishtag da drauf dann müsste er weg sein gut 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 ähm wir ghosten hier ein bisschen blau damit wir dawn an kriegen auch wichtig jetzt können wir nämlich da vielleicht ein bisschen action machen wir ghosten hier unten die gelben dann haben wir auch quasi an so was uns noch ein dickeres polster gibt ok so jetzt spielen wir hier wieder grün weil er jetzt gleich da hinten feuert falls er denn durchkommt mit sein ja er kommt durch mit seinem special ok aber er macht nicht so viel schaden weil wir den geteilten schaden haben dadurch sind alle unsere freunde weiterhin an aber leider ist unsere eule nicht on fire wir kassieren ein bisschen thorn kassiert die ganze zeit das ist nichts was ich befürworten kann aber ich würde trotzdem sagen dass wir in einer noch guten position sind hier werden wir jetzt können wir dich killen wir killen dich jetzt weil dölgen ist auf stufe 2 dann kann er da nämlich schön kassieren ja dawn ist tot ich würde sagen dann gucken wir mal dass wir den grün hier weiter nach oben kriegen arbeiten uns da jetzt ein grünes match hin so ist aber gar nicht mehr notwendig so wie ich das sehe ok ok aber gut kann ich mich nicht beschweren was zum teufel ok ok ja da müssen wir natürlich ein halo mitnehmen das ist klar oder ein cleaner haben wir irgendwas was auch cleant ohne mehr mehr heiler zu sein eigentlich nicht wenn ich cleane dann habe ich nur heiler ja dann muss ich ihn mitnehmen geht halt nicht anders wir nehmen die beiden hier auch wieder mit es ist die frage nehmen wir schwerpunkt blau mit wäre eigentlich käse weil da sind zwei grüne ne würde ich sagen nehmen wir wieder geld mit wenn wir das team was wir gerade hatten machen das so könnte funktionieren hier würde ich tatsächlich nicht tauschen weil halo muss überleben um gegebenenfalls zu clean was ja dann durch die true evil relevant wird ne also ich weiß ja ich weiß er hilft mir nicht weil er nicht heilt aber ich will ihn zum clean okay norel nummer eins wird wohl womöglich auslösen wir gucken was hier kommt okay war nicht so schlecht wir könnten den lilanen rüber spielen dann rutschen die beiden gelben hier hin wir haben noch ein gelbes match das macht keinen sinn den diamanten zu machen erstens ist das nicht unsere farbe und zweitens rutscht der gelbe dann hier hin der gelbe bleibt da und ich habe mir hier völlig völlig zerhauen deswegen müssen wir das so machen was er nur auslösen wussten wir ja was ich jetzt aber machen werde ist wir spielen erstmal die vier hier noch so jetzt können wir sogar noch den hier spielen ok perfekt das war sogar gar nicht mal so schlecht wir machen sie jetzt an und das reicht das war gut jetzt müssen wir erstmal hier mittig irgendwie gucken dass wir weiter kommen aber damit wir weiter kommen brauche ich halt irgendwann auch nochmal eine runde blau und vor allem auch gelb gelb ganz wichtig wir müssen das jetzt so spielen wir müssen das jetzt so spielen geht doch einmal auf diesen fucking tree evil was soll das denn ja fuck my life dafür habe ich ihn mitgenommen damit er sowas dann wegklingen kann und dann stirbt er mir genau die runde vorher genau die runde vorher also ist halt auch wieder aber dieses board ist halt auch grauenhaft das ist wirklich es ist wirklich schlecht ja ja wenn du natürlich auch 30.000 moves hier irgendwie krampfhaft machen musst um irgendwie was zu kriegen dann ist auch kein wunder dass er dann gewinnen kann ach das ist so schlecht das ist wirklich schlecht ich habe ich habe gefühlt kein stein in sally und in diesen tree evil geschossen und trotzdem sind die jetzt am ende am start weil das und dann denkst du dir halt der hat fünf langsame fünf fucking langsame und ich kann halt null machen null und dann stelle ich mir vor ich habe einen langsamen tank da stehen und bin 0 0 2 also ne beim besten willen einfach ne zu diesem angriff ne das war grober unfug das war richtig grober unfug okay ähm mit grün grün und gelb wir können auch drei gelbe nehmen von mir aus nehmen wir zwei grüne also das ist das ist halt schon hart aber du hast halt auch relativ früh gesehen dass da halt auch nichts geht ne ich meine die gelben wir haben unsere gelben nicht angekriegt wir haben im endeffekt alles über den support gemacht und dann ist natürlich auch klar ähm dass das überhaupt nicht funktionieren kann aber schön schön da siehst du mal langsame helden top in der defensive hast du gesehen ja nur halt nicht wenn du sie hast wenn du gegen sie spielst dann sind sie top wenn du sie selber ich weiß nicht wie viele leute langsame tanks genommen haben würde mich mal interessieren wie da die defensiven stehen oder ob ich wieder so ein einzigartiges exemplar bin wo das ja nicht funktioniert ähm wir wollen den diamanten eigentlich nicht ich will das so machen dass ich hier jetzt ein match habe und da ein match habe haben wir hier auch noch ein match es geht natürlich erstmal wieder nur über den support ne das ist traurig aber wahr ich spiele in poppy rein das gibt ein bisschen ein bisschen kombo hier vielleicht haben wir ja ein bisschen glück ok alles klar dankeschön äh wir gehen auf ihn weil wir haben grün drunter so das war auch wichtig jölgen ist noch an das ist in ordnung ok ich werde den balthasar rein spielen womöglich feuert der er feuert nicht ok überraschend aber gut so poppy müsste weg sein ok und mewe ist auch weg ja gib mir ein wenig steine dann mache ich das gib mir gar nichts das verlieren wir der strauchbär hm quasi ohne embleme eine dorn außen das ist ganz schlecht gestellt oh je das ist ganz schlecht ganz schlecht gestellt und deswegen werden wir wahrscheinlich dagegen verlieren damit so ein so ein unwissen in der defensive auch noch ähm belohnt wird wir brauchen erstmal einen boni entferner für den fall und wir wissen das wird auch höchstwahrscheinlich so passieren dass wir da ähm wir da kassieren und wir nehmen einen grünen boni entferner mit obwohl ne du bist nicht emblemiert äh nicht gelimit braked aber ja auch nicht habe ich nur ich habe keinen vernünftigen boni entferner doch ihn habe ich ja klar dann nehmen wir den strauchbären komplett komplett raus ok dann bilden wir das so mit blau sollte eigentlich funktionieren wir haben mana klau wir haben minions wir haben minions die mana klauen wir haben damage und wir haben dass dir kein spot kommt ok seltsame her warum habe ich mein grünes stick rausgenommen hm warum habe ich das getan da spielen wir schon zu viel da hinten hin hier eigentlich auch in quasi will ich erstmal noch nicht so viel spielen weil ich muss erst meine optionen hier alle so abwägen und das machen ist der blaue da dann hätten wir ein blaues match dann wäre der alleine da wenn wir hier was machen hier kommt ein blauer haben wir hier noch ein blaues match also spielen wir das so ok holen wir uns das alles hier mal zusammen machen das so geht er durch ok machen erst dieses gelbe match jetzt haben wir schon mal quasi an das ist schon mal gut jetzt spielen wir die lilanen wir spielen kein nicht den diamanten wir spielen die lilanen dann geht der blaue nämlich hier oben zusammen das ist wichtig das brauchen wir weil wir brauchen nämlich auch gleich noch hier unseren yukahein und den holen wir uns jetzt mit dem einen stein und dann sieht das eigentlich ganz gut aus so wir machen dorn an und wir machen yukahein an so quasi ist jetzt am gefährlichsten wie willst du es nennen keine ahnung hier sind jetzt zwei helden deswegen gehen wir mit Ribbit auf die beiden so spielen die blauen hier schieben wir gelb durch was dann auch noch in blau geht das ist natürlich eine ganz schöne sache dann nehmen wir nochmal die gelben dann haben wir das gewonnen eine Dorn macht das nicht er hat das heute noch kein einziges mal gemacht ja es ist es ist es ist karma dass ich gegen eine rein langsame defensive verliere weil da 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 weil da halt nichts ist und es ist nur ein doppelt gelimit break der die truppen die sind schlecht also das das ist eigentlich schon wieder eine maßlose beleidigung ja dass ich dagegen verliere das ist wirklich wahnsinn aber mach es halt nichts und dann stellst du halt selber mal einen langsamen Tank als Test alles sonst alles sonst schnelle Leute der langsame Tank und bei mir scheint es nicht zu funktionieren also ich weiß ja nicht ich weiß ja wirklich nicht ach Beute ich weiß auch die Beute das ist ein Event Spieler Level 136 den VIP Weg der Giganten mit dem letzten farmbaren Avatar der Typ der hat Bock ja der ist der ist on fire der Typ machen die Leute das extra für solche Turniere oder haben die so viele naja das ist auch hier da will ich nicht gegen kämpfen das verweigere ich ok ähm gehen wir mal eben einmal warte mal wir haben hier einige Sachen gemacht ok drei feindliche Eishelden mit einem Waldläufer und mit schnellem Tempo was haben wir hier ach das ist easy ja ok das kriegen wir locker hin ok hier ja das machen wir auch noch so ähm Portal yo wir haben einmal Atlantis also schön farmen vor der Allianz Quest ja interessiert mich nicht ne sagen wir mal ehrlich nicht wirklich was mich interessiert sind äh Boom und Fang und ihr Witzhammer das muss ich aber mal im Eimer ganz kurz gucken ok die werden wir nicht äh jetzt besprechen wir machen das Goblindorf und äh dann kriegen wir Münzen und dann gucken wir uns das dann alles an Roselwald müssen wir auch noch machen also jungen jungen viel zu tun also die beiden die gucken wir uns ähm dann an wenn wir Video zu den Goblins machen ja wird wahrscheinlich heute rauskommen weiß ich noch nicht werden wir sehen in dem Sinne Freunde vielen Dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video macht's gut ciao ciao und